So, bevor es so richtig losgeht mit unserer heutigen Episode, Virginia, gleich mal eine wichtige Frage an dich und du bist die Haarexpertin hier in unserer Runde. Also, was ist denn so ein richtig gutes Haarprodukt für diesen Sommer? Sag mal, ein richtig gutes Haarprodukt für diesen Sommer. Meinst du ein Stylingprodukt oder ein Pflegeprodukt? Ja, was dir einfällt. Was macht man da so? Also, was immer ein sehr gutes Produkt ist, sowohl für Frauen als auch für Männer, finde ich Dry Me von Aimee. Das ist ein Trockenshampoo. Das reimt sich sogar, das kann ja nur gut sein. Genau, das ist sehr gut. Genau, das ist eins unserer Verkaufsschlager, würde ich jetzt mal so sagen. Dafür haben wir sogar einen Preis gewonnen. Richtig gut. Glückwunsch dazu. Danke für den Tipp. Virginia gerät schon in Schwärmen, das finde ich total gut. Wir haben noch gar nicht so richtig angefangen und schon wieder was gelernt. Super. War jetzt aber ehrlicherweise nicht die Antwort, nach der ich gesucht habe, Virginia. Darf ich auch noch eine Empfehlung aussprechen? Na klar. Also, ein richtig gutes Haarprodukt für diesen Sommer, finde ich, ist diese Folge von unserem Podcast. Ihr seid genau richtig. Beim Summer Special von Auf einer Wellenlänge. Ja, ist doch ein Produkt für die Haare. Das stimmt allerdings. Da hast du auf jeden Fall recht. Okay, wir legen los. Schön, dass ihr zuhört. So, nachdem wir schon mal nützliche Produkttipps ausgetauscht haben, jetzt aber erstmal herzlich willkommen von uns. Virginia Papakaburi ist da. Hi, Virginia. Hallo, Flo. Und mein Name ist Florian Ambrosius. Wie cool, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Auf einer Wellenlänge. Da steckt das Wort Welle ja schon drin, also im Titel unseres Podcasts. Und ausnahmsweise denken wir heute dabei mal nicht an eine Dauerwelle und auch nicht an eine Donauwelle, sondern an so eine echte Welle. So eine am Strand in der Sonne und freuen uns, dass der Sommer da ist. Das machen wir heute mit einer ganz besonderen Episode. Einer Episode, in der wir auch mal zurückblicken wollen auf sieben Folgen mittlerweile auf einer Wellenlänge. Und wir lehnen uns auch mal ein bisschen zurück heute, haben uns auch mal verdient, wie wir finden. Trotzdem sind wir ein bisschen aufgeregt, denn ihr kennt das vielleicht schon aus unserem Podcast. Um unsere Gäste hier ein bisschen besser kennenzulernen, gibt es bei uns immer fünf schnelle Fragen und fünf schnelle Antworten. Die sind meistens dann auch noch lustig oder hoffentlich. Und heute dürft ihr mal fragen oder vielmehr in den letzten Tagen dürftet ihr mal fragen. Wir haben euch bei Social Media zum Beispiel auf dem wellaprof.de Account bei Instagram mal gefragt. Was wolltet ihr denn schon immer mal von Virginia und Flo wissen? Ihr habt gefragt. Wir haben noch keine Ahnung, was ihr gefragt habt, aber Antworten soll es trotzdem geben. Heute eben von uns. Und die Fragen, die kennt nur unsere liebe Kollegin Clarissa. Und die begrüßen wir jetzt recht herzlich. Hi Clarissa, schön, dass du da bist. Hallo ihr beiden. Du sag mal bitte, das sind jetzt aber keine fiesen Fragen, oder? Nein, nein, keine fiesen Fragen, aber lasst euch mal überraschen. Okay, ich bin ja gespannt, was da jetzt kommt. Wir freuen uns jedenfalls, dass du heute dabei bist, Clarissa. Und freuen uns echt auch auf die Fragen, die ihr, liebe ZuhörerInnen, gestellt habt. Wir machen es uns schick hier und feiern heute gemeinsam mit euch den Sommer bei auf einer Wellenlänge und starten zum Warmwerden. Und das wäre jetzt so mein Vorschlag mit unserer Fragerunde, Virginia. Also die, die wir schon kennen. Ich kann dir allerdings sagen, es haben sich ein bis zwei bis drei neue Fragen eingeschlichen. Okay. Ich mache auch mit. Mach mal. Wie lange brauchst du morgens im Bad? Relativ lange. Also ich würde definitiv behaupten, eine Stunde mit Make-up und Haare. Ich muss in letzter Zeit ganz früh aufstehen. Ich bin schneller geworden. Oh. Ja, ich kriege das gut hin mittlerweile, so in einer Viertelstunde. Okay, respekt. Aber morgens ist ja auch noch dunkel, da sieht mich keiner. Ist egal. Was hast du immer im Kühlschrank? Oder sollte ich fragen, was hast du immer noch im Kühlschrank? Eher immer noch, das hatten wir eben. Nämlich? Oliven sind sehr, sehr, sehr lange haltbar. Sind immer noch da? Die sind immer noch da. Sehr lecker. Aber nicht die vom Vorjahr, sondern immer wieder neue nachgefüllt und frisch eingekauft. Sehr gut. Wenigstens dich irgendwie Mayo und Gewürzgurken. Nein, nein, nein. Du bist in dem griechischen Haushalt, Flo. Ja, dank dir. Hör mal, was ist dein nutzlosestes Talent? Oh Gott. Ich habe eins. Du hast eins? Tatsächlich? Ich kann das Geräusch von einem Zahnarzt-Sauger nachmachen. Ist nicht dein Ernst. Doch. Kennt ihr das, wenn ihr beim Zahnarzt seid und das zieht so diese Flüssigkeit? Ja, ja. Mach. Gut zuhören. Wahlweise auch Milch auf Schäumen. Ist doch so. Oh Gott, das wird eine lustige Sendung. Ja, finde ich auch. Liebe Zuhörerinnen. Welche eine Sache, Virginia, würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Eine Sache? Oroparks. Hä, was ist denn das für eine Insel? So eine Baustelle drauf, oder was? Das ist tatsächlich meine Macht. Willst du deine Ruhe haben? Genau, damit ich meine Ruhe haben kann und nichts hören muss. Ich würde ein Boot mitnehmen. Ein Boot, damit du weg kannst. Okay, das ist natürlich auch sinnvoll. Ja. Und wenn du ein Boot hättest, wie würdest du das nennen und warum? Raffaela. Ach süß. Ja, weil so meine Tochter heißt. Das finde ich schön. Ja. Ich würde meins auf einer Wellenlänge nennen, glaube ich, weil kann es nicht untergehen. Unsinkbar. Auf einer Wellenlänge und breit. Sehr gut, sehr gut. Okay, also das war eine gute Runde zum Aufwärmen. Clarissa, jetzt du mal kurz bitte mit den ersten zwei Community-Fragen. Hast du schon irgendwas? Ja, ich habe eine Frage zum Warm-Up an euch beide. Ja. Wie geht es euch momentan? Also grundsätzlich kann ich ja mal für mich behaupten, mir geht es hervorragend. Also ich arbeite gerne, freue mich auf meinen Sommerurlaub, der in Griechenland stattfinden wird. Drei Wochen lang. Also mir geht es wunderbar. Schön. Finde ja stark. Wir wollen von euch, liebe Community, wissen, was wolltet ihr schon immer mal von Virginia und Flo wissen? Wie geht es euch? Also uns geht es gut. Klingen wie nicht. Der Sommer ist da. Alles schön. Aber dann würde ich sagen, schließe ich doch direkt mit der zweiten Frage an. War ja jetzt nur ein kleines Warm-Up. Flo, an dich eine Frage aus der Community. Wie kommt es, dass jemand, der gar nichts mit Haaren zu tun hat, im Weller-Podcast ist? Sehr gute Frage. Das ist nicht schlecht. Also erstens, weil Weller mich gefragt hat und ich mich sehr darüber gefreut habe, ehrlicherweise. Dann, Gegenfrage an euch zwei. Was habe ich hier? Haare. Danke. Also habe ich irgendwie was mit Haaren zu tun? Also habe ich damit widerlegt, die Frage. Und drittens, ich habe immer gesagt, das ist wirklich so und vielleicht hast du es auch schon mal gehört, Virginia. Ich habe immer gesagt, sage ich heute noch, wenn ich groß bin, dann werde ich Friseur. Ohne Witz, ich finde euer Handwerk so faszinierend und so spannend. Ich liebe dieses Handwerk und gucke da total gerne hin. Und so ein bisschen bin ich ja jetzt Teil auch davon durch diesen Podcast und da bin ich ganz dankbar und es ist ganz schön. Also insofern finde ich, habe ich ein bisschen was mit Handwerk zu tun und mit Haaren. Und wer weiß, vielleicht ja irgendwann nochmal Friseur. Irgendwie finde ich das cool. Du weißt schon, dass ich Trainer bin. Ah, das heißt, du könntest mich ausbilden. Ich könnte dich tatsächlich ausbilden. Das würde ich mir zutrauen. Wer weiß, was in nächster Zeit noch passieren wird. So und zuletzt, wirklich schöne Frage, danke dafür. Wir haben ja auch hier so ein bisschen unterschiedliche Rollenprofile im Podcast. Also ich glaube, ich bin derjenige, der eher so ein bisschen von außen ist. Du bist die Fachfrau in dem Fall und hast natürlich aus der Warte viel, viel mehr dann mit Haaren zu tun. Aber da ergänzen wir uns ganz gut, finde ich. Finde ich auch. Hast du noch eine, Clarissa, für Virginia diesmal? Ich habe noch eine und auch für Virginia natürlich. Virginia, welches Fleckchen in Deutschland hast du denn eigentlich noch nicht besucht? Weil du so viel unterwegs bist? Weil ich so viel unterwegs bin, genau. Also mein Hauptgebiet ist ja eigentlich Neutrhein-Westfalen, auch Rheinland-Pfalz und ja, Umgebung würde ich sagen. Aber ich war schon ganz Deutschland, weil in Deutschland gibt es sieben Wellerstudios. Und die habe ich schon alle besucht in den Großstädten Hamburg und Berlin und Leipzig und München und Stuttgart und Frankfurt. Bist du viel unterwegs? Ich bin wirklich sehr viel unterwegs. Danke, Clarissa. Erstmal, da kommen bestimmt noch ein paar Fragen. Wir sind gespannt. Und gehen jetzt erstmal gemeinsam mit euch ein paar Monate zurück zu unserer allerersten Podcast-Folge, Virginia. Und du hast es gerade schon gesagt, das war echt aufregend. Ich weiß doch genau, als wir hier saßen zum ersten Mal im Studio. Total. Christoph Filser war ja bei uns. Christoph ist Salonbesitzer bei Freunden. Sehr erfolgreich, super aktiv bei Social Media. Netter Kerl. Und er hatte mit Model und Content-Creator Moritz Taylor einen Kunden dabei, der eben so viel mehr ist als ein Kunde. Das haben wir relativ schnell gemerkt in unserer ersten Folge. Und ohnehin hatte Christoph eine ganz klare Meinung zum Thema Kundinnenbindung. Wir hören nochmal rein in die allererste Folge auf einer Wellenlänge. Und ihr Zuhause könnt das nicht sehen, liebe ZuhörerInnen. Aber der Moritz erzählt davon und hat auch ein Strahlen in den Augen und lächelt auch. Also da scheint ja wirklich sowas wie eine Freundschaft zu existieren. Und da finde ich ja das FriseurInnen-KundInnen-Bindungswort fast schon so ein bisschen dran vorbei. Aber trotzdem, Christoph, wie wichtig ist das? Also wirklich eine gute Bindung zu seinen KundInnen zu haben. Macht das eigentlich so ganz viel aus, auch beruflich und im Geschäft, um auch sicher zu gehen, hey, der kommt eben wieder nächste Woche? Also um ehrlich zu sein, ist das der USP, den ich habe und den ich auch für mein Handwerk gern möchte. Weil Friseur ist jetzt im Moment nicht so der trendigste Beruf vielleicht. Aber für mich ist es so, ich gehe jeden Tag gerne in die Arbeit. Ich treffe meine Freunde, sowohl meine Mitarbeiter als auch meine Kunden. Und wir haben eine Bindung und da geht es eben nicht darum, oft wird so gesagt, ja der Friseur, der muss immer Hobbypsychologe sein und der muss da alles zuhören und so weiter. Also das ist bei uns und für mich auf einer sehr ehrlichen Art und Weise. Also auch wenn ich einen Kunden habe oder der Moritz Beispiel mir jetzt irgendwie was erzählt von einem Job oder irgendwas, wo ich jetzt nicht so dahinter stehe, dann sage ich es ihm auch ehrlich und er sagt es auch mir ehrlich. Und auch ich als Friseur kann ihm mal was erzählen und wir gehen halt so durchs Leben. Christoph Filser war also bei uns in der ersten Folge. Das war total aufregend für uns. Tolles Gespräch, irgendwie gute Runde, guter Auftakt. Virginia, ordne das für unsere ZuhörerInnen nochmal kurz ein. Der Christoph, der hat ja total viel von Ehrlichkeit gesprochen an dem Tag. Wie ehrlich muss man denn sein als Friseurin und wie viel Ehrlichkeit erwartest und bekommst du auch von deinen KundInnen? Friseure sind wirklich ein sehr ehrliches Völkchen, will ich mal dazu behaupten. Und das ist auch einer der wichtigsten Punkte bei uns. Also du musst mit deinem Kunden ehrlich sprechen, gerade wenn es um Kundenwünsche und auch Kundenbedürfnisse geht. Und da klar zu sagen, das geht und das geht zum Beispiel auch nicht. Weil das ist zum Beispiel ein, ich halte jetzt einfach mal einen Pinsel in der Hand und sage, das ist ein Pinsel und kein Zauberstab. Und ich bin auch ein Friseur und nicht Harry Potter. Und es gibt bestimmte Dinge, die muss man einfach ganz klar kommunizieren. Das heißt auch schon mal unangenehmere Situationen in deiner Welt, oder? Ja, total. Muss man mutig sein. Man muss mutig sein und man muss vor allen Dingen gut in der Kommunikation sein zum Kunden hin. Und ich finde immer ehrliche Worte, die auch wirklich immer wertschätzend dem Kunden gegenüber sind, total wichtig. Das liegt eigentlich an der guten Beratung und wie der Friseur auch damit umgeht. Und das macht auch unseren Job letztendlich aus. Ehrlichkeit und Kommunikation und davon ganz viel gab es auch in unserer zweiten Folge. Da haben wir echt viel gelacht. Oh ja, das war wirklich sehr lustig. Susanne Krammer war unsere Gesprächspartnerin zum Thema Going Grey. Apropos, hey, hast du gesehen, die Susanne war bei den KollegInnen von Vox? Hat bei Shopping Queen mitgemacht. Genau, die hat bei Shopping Queen mitgemacht. Total gut. Susanne, liebe Grüße. Entschuldigung, Promi Shopping Queen. Susanne, liebe Grüße an dieser Stelle. Gut gemacht. Liebe Grüße von uns. Wirklich sehr cool. Mit uns hat sie zum Thema Going Grey gesprochen. Susanne, für die Menschen, die sie nicht kennen, ist Make-up-Artistin, Beauty-Influencerin, Journalistin. Sie hat bei vielen großen Magazinen gearbeitet. Vogue, Elle, Joy, sowas. Und dann hat sie das Beauty-Online-Magazin Junemag gegründet. Bei und mit uns hat sie dann über das Thema graue Haare gesprochen. Und ich habe ihr zu Beginn gleich mal einen Satz vorgelesen, den ich total cool fand. Wir hören nochmal rein. Falten zeigen, dass du lachst. Graue Haare zeigen, dass du dich kümmerst. Ich fand das deshalb so gut, weil mit dem Trend zu natürlichen grauen Haaren oder silbernen Haaren, dem Mut, die dann eben auch zu zeigen und den Möglichkeiten, also wie wir unsere grauen Haare zeigen, da kriegt das ja irgendwie so eine neue Bedeutung. Fast eine Doppeldeutigkeit. Kümmern oder sich kümmern. Das ist irgendwie spannend. Ja, es zeigt halt auch, dass es alles echt wird und werden darf. Wir kommen also wirklich aus dem Zeitalter, wo alles so Plastik-Fantastik ist. Und ich setze mir lieber den Playmobil-Helm auf den Kopf und färbe jedes graue Haar weg. Und auf einmal darf ich mich zeigen, wie ich bin. Und das ist ja fast schon eher so, dass man jetzt sagt so, also ich bin übrigens gefärbt. Das alles soll jetzt echt sein. Ich möchte nicht aussehen wie eine Perücke, sondern ich möchte immer in jedem Alter aussehen wie die beste Version von mir. Und das gilt übrigens auch für Filler und Botox. Egal was auch immer, ich an meiner Schönheit schraube, es müssen Feinjustierungen sein. Und dafür brauche ich Profis, die dafür ein Auge haben und mir nicht irgendwas auf dem Kopf zimmert. Also ich versuche nochmal zu übersetzen. Plastik-Fantastik ist irgendwie nicht mehr. Alles ist viel natürlicher. Und ihr FriseurInnen, Virginia, müsst oder dürft feinjustieren. Das klingt für euch echt anspruchsvoll und irgendwie fast wie eine OP am offenen Herzen. Feinjustierungen. Wird dein, wird euer Beruf immer kleinteiliger und gleichzeitig immer komplexer und damit eben auch anspruchsvoller? Ist das so? Unser Job wird wirklich immer anspruchsvoller, Flo. Und das Thema, was wir gerade auch in diesem Podcast besprochen haben, nämlich Going Great, ist immer noch wirklich top aktuell, weil einfach die Kundenbedürfnisse und Kundinnen wollen einfach natürlich aussehen. Und das stellt uns Friseure wirklich vor Herausforderungen, weil die Natürlichkeit, wirklich nachzuahmen, ist eine hohe Kunst des Haarefärbens. Grüße gehen raus an euch FriseurInnen da draußen. Toll, wie ihr das alles hinkriegt und die Feinjustierung auf die Reihe kriegt. Wirklich toll. Hör mal, eigentlich bräuchten wir jetzt hier sowas wie so eine Quizmusik. Die stellen wir uns jetzt, ja genau. Und gleichzeitig stellen wir uns hinter der Podcast-Studio-Fensterscheibe eine wild gestikulierende Clarissa vor. Aber ich glaube, die nächste Fragerunde ist fällig, oder Clarissa? Ich wollte da eben nämlich schon mal reingrätschen, apropos Haare färben. Das ist ein bisschen schwierig bei uns beiden, Clarissa, da einfach so reinzugrätschen. Was soll das denn jetzt heißen? Also bei mir schon. Bei dir wird es ein bisschen schwieriger, Flo. Eine Frage nochmal an dich, Flo. Das ist eine etwas private Frage vielleicht. Ich weiß nicht, ob du sie so beantworten möchtest. Ich auch nicht. Ich auch noch nicht. Flo, färbst du eigentlich deine Haare? Und wenn nicht, wieso eigentlich nicht? Liebe Leute, ich beantworte diese Frage gerne mit einer Gegenfrage. Wenn färben, Virginia, womit und bei wem? Womit? Oh, ich möchte jetzt ins Thema Going Grey und True Grey reingehen. Aber das ist keine Anspielung auf dein Alter, lieber Flo. Du, grau ist ja tatsächlich, habe ich dir auch schon mal erzählt, wie ich das versuche zu bändigen. Und dann ist ja auch noch so im Sommer dann auch irgendwie, alles wird dann so eher, also so von dunkel in hell. Und dann wird es plötzlich so grünstichig und weißt du, also da gibt es ja, oh Gott. Also färben, habe ich auch schon. Was uncool ist, ist, wenn es so flächig gefärbt ist. Das mag ich überhaupt nicht. Also das, ich glaube die Susanne, die hat in der Folge, die wir gerade gehört haben, die hat über so Playmobil-Frisuren gesprochen. Genau, Playmobil-Köpfe. Playmobil-Köpfe. Das ist echt uncool. So und das hatte ich auch schon. Das mag ich überhaupt nicht. So, also gerne. So, also hier, Virginia, Empfehlungen gerne aussprechen. Ihr, liebe Leute, die da zuhört, DMs an mich über Instagram. Ich komme gerne vorbei, wir können quatschen. Perfekt. Clarissa winkt schon wieder. Auch wieder kein Hallo, nehme ich an, Clarissa. Ich will da nämlich thematisch gerade gerne eine Frage aus der Community ergänzen, die an Virginia geht. Und zwar, Virginia, was ist dein Lieblingsprodukt von Vela? Ja, und gerne auch, wieso? Grundsätzlich Lieblingsprodukt. Da würde ich sagen, mein persönliches Lieblingsprodukt, einmal für mich, aber auch für Kundinnen, die gerade ihre Haare heller färben und die ein sehr sensibles Haar haben, ist für mich das Liquid Hair von Lipid Coat. Weil das wirklich die Haarstruktur total verbessert von jetzt auf gleich. Man merkt einen Benefit sofort. Sehr schön. Die Clarissa hebt den Daumen. Das heißt, alles richtig gemacht, gut beantwortet. Und dann gehen wir über den Kopf mal kurz zu den Füßen, beziehungsweise zum Fußabdruck. Noch genauer zum CO2-Fußabdruck. Über den und zum Thema Nachhaltigkeit. Virginia, du erinnerst dich. In der Lifestyle- und Beauty-Industrie haben wir in Episode 3 unseres Podcasts gesprochen. Zum einen mit der Marketingdirektorin der Vela Company. Wir haben uns voll gefreut, dass sie hier war. Mary Roach-Schöbel war bei uns. Und Jan Borchert hat uns besucht. Jan ist einer der Gründer der Initiative Cut Climate Change. Und verfolgt so mit dem, was er da macht, ein echt großes Ziel, nämlich die FriseurInnenbranche zum ersten klimapositiven Handwerk zu machen. Und wie das in den Salons unter anderem gelingen soll, hat er uns gleich mal verraten. Drei einfache Tipps und Tricks, die jeder Salon, Jan, wirklich direkt umsetzen kann. Beziehungsweise, was sind die drei Schritte im Salon, um den CO2-Fußabdruck zu verbessern? Viel CO2 entsteht zum Beispiel noch beim Heizen. Das heißt, da kann man vielleicht auch mit so Sparwasser hinarbeiten. Dann verbrauche ich weniger Wasser, weniger warmes Wasser, weniger Heizung. Und viel entsteht auch bei Mitarbeitermobilität. Da muss man halt schauen, wie flexibel sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber da sind viele, haben richtig Lust, auch was zu machen, aktiv zu werden. Und da kann dann ein Saloninhaber oder eine Saloninhaberin mal eine E-Bike-Ladestation einbauen. Und dann sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit, mit dem Bike zu kommen. Da gibt es wirklich Möglichkeiten und die Bereitschaft ist riesig. Mit dem Stichwort Verantwortung, Mary. Warum ist Nachhaltigkeit für große Unternehmungen und du bist bei einem großen Unternehmen so ein wichtiges Thema? Es ist für eine Firma oder für ein Unternehmen genauso wie für Privatpersonen. Wir möchten was Positives verändern, was bewegen. Und es ist super wichtig, vor allem mit der Klimakrise, die wir vor uns haben oder gerade schon haben sozusagen, dass wir was dagegen machen. Und für eine Firma ist das halt sehr hoch auf der Agenda. Und für uns ist es halt super, super wichtig, dass wir als führende Unternehmen in der Branche eine Bewegung in der Branche bekommen. Nicht nur bei uns, sondern auch mit unseren Kunden gemeinsam. Super spannend. Und Mary hat uns in dieser Folge auch verraten, in Folge 3, dass Weller ja zum Beispiel auch einen nachhaltigen Salon betreibt. Und da sehr intensiv dran arbeitet, Virginia. Ich habe es immer noch nicht geschafft, mir das mal anzuschauen. Ich habe das ja versprochen. Erzähl mal, wie ist es da in diesem Testsalon, glaube ich. So heißt das Teil, ne? Genau, das ist unser Testsalon. Der befindet sich bei uns im Standort in Darmstadt. Und du musst dir das so vorstellen, Flo. Das ist ein ganz normaler Friseursalon. Und wir müssen natürlich die Produkte, bevor wir sie in den Markt rausgeben und dann Aussagen treffen können, wie das Produkt macht auf dem Haar das und das, das müssen wir belegen. Und dafür haben wir einen Testsalon, wo wir unter anderem auch natürlich mit Cut Climate Change zusammengearbeitet haben, um da auch nachhaltigen Salonen durchzuführen. Und ja, das gibt es tatsächlich. Total schön. Also irgendwann schaffe ich es, versprochen. Vielleicht jetzt nicht während der Sommerpause, aber irgendwann danach, dann machen wir das auf jeden Fall. Gut, dann machen wir weiter mit unserem großen Auf-einer-Wellenlänge-Summer-Special und antworten gerne auf eure Fragen. Clarissa, was möchten unsere ZuhörerInnen wissen? Gibt es noch was? Flo und Virginia, nochmal eine Frage an euch beide. Was ist denn eure Lieblingsfolge bisher? Komm, Virginia, wir antworten zusammen auf drei. Eins, zwei, drei. Kommt noch. Kommt noch? Meine Lieblingsfolge kommt noch. Also hoffentlich. Ich hoffe auch. Was war deine bisher? Ja, Christoph Höser war natürlich, wie gesagt, total lustig, weil es auch die erste Folge war. Da waren wir alle aufgeregt. Es war neu. Für mich zumindest war es alles neu. Aber der plaudert halt auch super, der plaudert halt gerne, merkt man gar nicht. Total, aber meine persönliche Highlight-Folge tatsächlich war die Topher-Folge, weil die natürlich auf meiner Homebase in Düsseldorf auf der Topher war und es eine Live-Aufnahme war. Also, nach so viel Spaß müssen wir kurz mal durchatmen. In Virginia passt voll zu unserer vierten Folge, in der wir mit Friseur, Mental-Health-Coach, Ernährungsberater und Yoga-Lehrer Mike Bachmann über die wichtigsten Maßnahmen für mehr Achtsamkeit im Salonalltag gesprochen haben. Mike leitet selbst ein Salon, das Konzeptstudio Biochemien nämlich. Und er ist mit uns gleich mal so in den Praxisunterricht gegangen. Oh, total. Ja, hört mal. Du kannst dir sagen, bevor ich einen Kunden sozusagen beginne, gehe ich nochmal kurz in mich, halte in mich, das dauert 30 Sekunden, nimm nochmal drei, vier Atemzüge, sortiere mich und werde wirklich präsent, fokussiere mich darauf, was ist der Auftrag, was machen wir, was ist die Dienstleistung, kannst die Zeit beim Haare waschen nutzen. Du solltest darauf achten, wenn du in so einer hohen Taktung arbeitest, dass du möglichst dann vielleicht dafür sorgst, wirklich eine gute, ausgewogene Mittagspause zu haben, die dann mal ein bisschen länger ist und gerade, wenn da ziemlich viel Kundenfrequenz ist, die vielleicht auch mal außerhalb des Ladens verbracht werden kann, die Zeit zu finden, auf jeden Fall dich dann zu stärken und zu essen, weil die Regeneration ist eben wichtig, um diese Arbeitsleistung auch vollziehen zu können. Man kann sich natürlich auch kollegial total gut unterstützen und wenn dann mal jemand dabei ist, der weniger zu tun hat, daran zu holen, dass man sozusagen Dinge auch gemeinsam löst, also gerade auch als Team zu denken, sozusagen in einem größeren Salon, wenn man mehrere Mitarbeiter hat. Und spätestens dann, wenn sozusagen der Alltag oder Arbeitsalltag beendet ist, der konkrete, dann zu gucken, was hat mich das jetzt für Ressourcen, Energien gekostet, also wie sehr hat mich das angestrengt und dann auch dafür zu sorgen, dass ich die nötige Erholung, die es braucht, es auszugleichen im Nachgang. Das muss ja nicht unbedingt immer situativ sofort passieren, dann sozusagen zum Feierabend in meinem Freizeitleben sozusagen umzusetzen, damit ich dann am nächsten Tag auch wieder fit bin. Also ich muss sagen, das war die Folge, von der ich mir praxisorientiert ziemlich viel mitnehmen konnte. Das glaube ich dir. Und ich muss tatsächlich sagen, Flo, nach dieser Folge habe ich mir Yoga in mein Leben geholt. Ach guck mal, wie cool. Ja, das war unglaublich, weil der Mike so viele praxisnahe Tipps hatte und ich dachte, das muss ich einfach machen und den Flow nehme ich jetzt mal mit. Ich glaube, du hast ja auch in der Episode davon gesprochen, was war das bei dir nochmal, Kopfmassage oder Haarwäsche? Immer so deine Inseln sind oder waren, um auch Zeit so für dich zu nutzen. Genau, das war beides, Kopfmassage und auch Haarwäsche, weil das sind so die zwei Momente im Salonalltag, wo du beim Kunden bist und du nicht gehen kannst, um zum Beispiel ans Telefon zu gehen, Kunden zu begrüßen etc. Und das heißt, diese fünf Minuten, die ich da hatte bei der Kopfmassage, das waren meine kleine Erholungsphasen. Ich habe dann auch nicht gesprochen und das war super. Voll schön. So, jetzt kriegen wir von der Community hoffentlich nicht den Kopf gewaschen. Wir haben euch über Social Media gefragt, was wollt ihr über uns wissen? Danke, dass ihr so fleißig mitgemacht und spannende Fragen gestellt habt. Hier das Ergebnis, also zumindest in Teilen. Clarissa, eine nette Frage bitte. Die Frage geht tatsächlich auch nochmal an dich, Flo. Warum wusste ich das? Weil du so nett gefragt hast, geht die nette Frage auch an dich. Und zwar, wie gefällt dir die Friseur-Eden-Branche? Ja, habe ich ja eben schon gesagt. Also, ich frage mich bitte nicht, wo das herkommt. Aber die Friseur-Eden-Branche fasziniert mich wirklich. Und ich sage diesen Satz gerne noch einmal. Wenn ich groß bin, Leute, werde ich Friseur. Also, irgendwann ziehe ich durch. Dann mache ich ernst, wenn das mit dem Fernsehen und dem Podcast hier nicht mehr läuft. Dann geht es irgendwann, dann geht es rund. Dann hat Virginia mich ausgebildet und dann werde ich Friseur. Ich finde das richtig schön. Ich genieße das auch, in die Salons hineinzugehen. Ich habe mit euch mitgefiebert und in Teilen gelitten während der schwierigeren Zeit, der Zeit der Herausforderungen in der Pandemie und so weiter. Also, wenn sie mir nicht gefallen würde, die Branche, dann würde ich jetzt auch nicht hier sitzen und den Podcast machen. Eine tolle Branche. Macht weiter so. Ich finde das unwahrscheinlich faszinierend. Und das ist nicht so dahergesagt. Dann lass uns weitermachen in unserem kleinen Episodenrückblick und mal reinspringen in die Folge 5, in der wir mit dem Start des Jahres 2022 über Trends gesprochen haben, Virginia. Superspannendes Thema. Ich weiß noch, dass ich in der Vorbereitung so gedacht habe, Trends, alles trendet gerade. Und irgendwie trendet jeden Tag was anderes. Was trendet denn eigentlich nicht? Und ist das dann eigentlich auch schon wieder Trend, wenn was nicht trendet? Oder so? Keine Ahnung. Also, wie gut, dass wir unter anderem mit Katrin Bierling verabredet waren. Sie ist Modejournalistin und Mitgründerin vom Online-Magazin Modepilot, kennt ihr vielleicht. Und hat zu Beginn das Ganze für uns erstmal eingeordnet. Ab wann ist ein Trend denn überhaupt ein Trend? Und wenn sich so ein Trend mal durchsetzt und irgendwie immer noch da ist, ist es dann überhaupt noch ein Trend? Also, wie grenzt du das ein als Expertin? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Genau, weil es ist ja nicht mehr so, dass ein Trend zehn Jahre lang bleibt. Allenfalls eine Stimmung. Also, aktuell wäre das die Stimmung, dass wir ein viel besseres Gefühl dafür haben, was gut für unseren Planeten ist, was gut für Menschen ist, die unsere Kleidung produzieren. Das ist zumindest die Wunschvorstellung. Und das wiederum wirkt sich auch auf das aus, wie wir wahrgenommen werden wollen in unserem Look. Also, da sollen dann die neuen Kleidungsstücke am besten so aussehen, als hätten wir sie vintage gekauft oder als hätten wir sie selbst gehäkelt. Das ist so die Grundstimmung, die wahrscheinlich länger bleibt als nur ein paar Saisons. Aber ansonsten gebe ich dir total recht, man kommt kaum hinterher, welche Rocklänge gerade aktuell ist oder welche Hosenform. Das ist also die Einordnung aus der Perspektive einer Modejournalistin. Ja, und das Thema Fashion und Trends, haben wir in der Folge gelernt, ist ja total eng verknüpft mit der Welt, in der du dich bewegst, Virginia. In der Welt der Haare und der Frisuren und der FriseurInnen. Wie wichtig sind Trends in deiner Welt? Trends sind in meiner Welt genauso wichtig wie für die Modewelt. Und dafür hatten wir ja auch eine Spezialistin dabei, nämlich die Andrea Hecker. Und Andrea ist eine sehr, sehr liebe Kollegin von mir. Wir haben zusammen schon die letzten 20 Jahre fast zusammengearbeitet. Und genau, die hat uns wirklich zum Thema Trends einiges gesagt. Andrea ist FriseurInnen, TrainerInnen, Expertin und sie hat nicht nur ihr eigenes Atelier in München, sondern die stylt eben auch internationale Stars für Fashion-Shows und Shootings. Kommt selbst aus einer FriseurInnen-Familie und das Thema Haare begleitet sie schon ihr ganzes Leben. Also Andrea weiß auf jeden Fall, was gerade so trendet, da hast du total recht. Ich persönlich möchte am Ball bleiben, Virginia, du bestimmt auch. Und deswegen haben wir sie gleich mal gefragt. Wir reden ja heute über Trends. Kannst du mir, also mir im Speziellen jetzt schon mal so einen Begriff zuwerfen, auf den ich mich also für heute einstellen kann und über den wir dann später noch sprechen? Ja, der Blunt-Cut, also es ist alles blunt, also stumpf geschnitten. Und ob es dann ein Bob ist oder ob es ein Lob ist, bleibt ihnen selbst überlassen. Wir haben natürlich immer noch dieses Wolf-Cut-Thema, es steht noch im Raum. Darauf hatte ich mich vorbereitet. Billie Eilish. Ja, das ist aber schon so ein bisschen so ein Mash-Up jetzt geworden aus dem Mullet und dem Wolf-Cut heißt jetzt Rebel-Cut. Also wie du siehst, auch nicht nur in der Kleidermode kommt es ganz schnell, sondern auch bei uns in den Haartrends. Welche Frisur ist denn jetzt die Frisur 2022? Ja, ich glaube so, auf eine können wir uns nicht festlegen, Flo, weil wir auch im Salon unterschiedliche Zielgruppen haben. Also wir haben unterschiedliche Altersgruppen an Kundinnen. Und das ist ganz wichtig, dass man auch einfach es einschätzen muss, eigentlich wen man da vor sich sitzen hat oder wer da bei einem ist. Und das entscheidet sich. Wir haben einmal die Generation Z, die extremst offen sind, die mutiger geworden sind. Das waren es ja die ganzen letzten Jahre. Die jungen Leute sahen ja eine ganze Zeit lang jetzt immer alle gleich aus. Alle gleich. Und jetzt hast du aber, jetzt hast du wirklich Leute, die da coole Sachen. Ich meine, wir haben es schon gehabt von Miley Cyrus. Dann gibt es eben ganz coole TikToker, die uns bunte Köpfe vorleben. Das haben wir Friseur-Rittern ja mal gedacht, dass das nur so eine kleine kurze Bubble ist, die mal hochpoppt und wieder verschwindet. Aber ist es nicht. Ja, es ist geblieben und es verändert sich aber auch ständig. Und dann hast du natürlich die Langhaarigen, die bleiben. Also du hast eben diese 70er Jahre Frisuren mit den Layers, mit den Surfer-Vibes drin. Und du hast auch ganz klar eine große Nummer. Das sind die Naturhaare nur eben einen Tick schöner, als die Natur es macht. Und wir dürfen die Jungs nicht vergessen, lieber Flo. Natürlich nicht. Die dürfen wir bitte nie vergessen. Du wirst es nicht glauben. Aber was halt auch total gut trendet, sind Boys with Perms. Und wenn man auch so guckt und das ist wirklich so spannend, finde ich, wenn du guckst bei TikTok, wenn du dir so einen Kaufmann zum Beispiel anschaust. Oder nehmen wir die Elevator Boys. Die trenden ja auch ganz extrem und die sehen ja so ein bisschen so ähnlich aus. Und ich weiß genau, was jetzt kommt, Virginia. Du brauchst es nicht zu sagen. Kann ich gerne übernehmen. Mach. Boys with Perms, Flo. Du wolltest doch. Ganz genau. Du wolltest doch da was in Angriff nehmen. Ja, stimmt. Und? Ja, ich würde mich jetzt gerne erstmal auf einen Mullet konzentrieren, wenn das geht. Das geht natürlich. Aber ich sehe jetzt nicht so den Fortschritt, wenn ich da mal rüber gucke zu dir. Auch da bitte gerne DMs bei Instagram an mich, liebe ZuhörerInnen, liebe Salons. Ich freue mich über eine gute Beratung. Vielleicht wird es dann ja doch ein Perm. Ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht. Wir sind gespannt. Perm. Klingt voll uncool, ne? Nein. Ist aber vielleicht super. Ist so ähnlich wie beim Thema Wissenschaft, Virginia. Auch erstmal nicht so sexy, wenn wir es hören, ne? Nee. Im ersten Augenblick nicht. Erstmal nicht. In Folge 6 unseres Podcasts haben wir allerdings gelernt, dass Wissenschaft gerade im Zusammenhang mit Trends total sexy sein kann. Sexy Science. Wie aus Forschung und Entwicklung die Trends der Zukunft werden. Darüber haben wir mit einer echten Trendforscherin gesprochen. Das war echt spannend. Sonja Telser ist Senior Manager Trends Innovation und External Hairdresser Network bei der Vela Company. Und Sonja hat uns direkt mal verraten, was Hautpflege mit Haarpflege zu tun hat. Hört mal. Dann lasst uns bitte beim Thema Trend und deiner täglichen Arbeit bleiben. Als Trendscout musst du natürlich ganz genau wissen, wo du hingucken musst jeden Tag. Deshalb, wo und wie entstehen denn eigentlich Trends in der Beautyindustrie? Also Trends können, glaube ich, wirklich überall entstehen. Was wir aber tatsächlich oder was ich beobachte ist, dass es schon ganz bestimmte Regionen oder sogenannte Hotspots einfach dann gibt, wo mehr Trends oder sich Trends anders entwickeln als in anderen Regionen. Kannst du einen nennen? Ja, also für gerade die Hautpflege ist Asien ein Hotspot, hätte ich jetzt gesagt. Und was wir natürlich auch sehen ist wirklich, dass sehr, sehr viele von der Hautpflege in die Haarpflege rüber migriert. Stichwort Layering wahrscheinlich. Ja, ich zum Beispiel. Gerade der koreanische Sieben-Layer-Trend. Genau, genau. Der kam ja dann tatsächlich auch ins Haar. Und dieser Trend ist auch ganz groß und wird Skinification genannt, praktisch von der Skincare oder Skinhaut. Und wir beobachten das tatsächlich, was passiert momentan in der Hautpflege in Asien und versuchen dann natürlich festzustellen, was kommt denn danach in den Rest der Welt und was kommt denn in die Haare für die Kopfhaut, aber auch für das Haar selber. Gut, dann machen wir es dem Fast-Moving-Fashion-Trend gleich, machen schnell weiter und fragen Clarissa, ob sie Fragen hat, beziehungsweise was unsere ZuhörerInnen für Fragen haben. Clarissa, wie sieht's denn aus? Erzähl mal. Virginia, eine Frage an dich. Wenn du dich für eine Sache entscheiden müsstest, was wäre das? Nur noch stylen oder nur noch färben? Oh, da kann ich ganz schnell drauf antworten. Na klar, ich als Koloristin, was mache ich lieber im Salon? Natürlich Haare färben und das in jeder Art und Weise, die sich die Kundin wünscht oder der Kunde wünscht. Das wäre ein Albtraum, wenn ich nur noch stylen würde. Also, nee, da ist meine Antwort, ganz klar. Ah, okay. Aber auf der anderen Seite, okay, aber da hast du auch ein Ergebnis. Du siehst das ja auch sofort, wie hat das funktioniert und so. Ich wäre eher beim, also jetzt für mich, ich bin ja kein Friseur, also noch nicht. Ja, noch nicht. Wir arbeiten dran. Ich wäre voll beim Stylen gewesen. Ehrlich? Ja, weil ich das so cool finde, dann das Ergebnis wirklich zu sehen. Das ist jetzt das Ergebnis. Auf der anderen Seite, nur stylen ist dann ja auch alles, was davor passiert ist, habe ich dann ja nicht in der Hand und dann ist es auch schon. Vor allen Dingen aber beim Stylen, Flo, machst du da immer Wasser drüber und weg ist es. Ja, stimmt. Bei einer Haarfarbe sieht das Ganze anders aus. Ja, spannend. Okay, also Virginia ist die bunte Person hier auf jeden Fall, das kann man sagen. Okay, dann auf jeden Fall in Folge 7, ein weiterer Höhepunkt, war auch sehr schön, auch und vor allem deshalb, weil die Menschen uns plötzlich nicht nur gehört, sondern auch gesehen haben. Wir durften eine Folge von auf einer Wellenlänge auf der Top Hair in Düsseldorf aufzeichnen. Wie cool war das denn bitte, sag mal. Das war total cool, weil endlich fand wieder die Top Hair statt und wir waren mit unserem Podcast live auf dieser Bühne, also besser ging es gar nicht. Aber man muss dazu auch sagen, auch sehr aufregend, weil wir waren dann nicht nur alleine hier im Tonstudio mit unseren Gästen, sondern wir hatten Zuschauer, wir konnten denen in die Augen gucken. Das war total toll und voll Heimspiel für dich. Also ich kann hier mal aus dem Nähkästchen plaudern, Virginia kennt jeden Menschen auf der Top Hair. Ich wollte immer irgendwie zur Bühne gehen und wieder angehalten, hallo, Küsschen links, rechts, da war schon, oder? Du kennst ja alle, das ist ja Wahnsinn. Ja, also tatsächlich nach 20 Jahren Friseurerfahrung und vor allen Dingen auch in der Branche da zu sein, kennt man wirklich ganz viele und es ist toll, alle wieder zu sehen und wirklich in den Arm zu nehmen. Also das war wirklich mein persönliches Highlight dieses Jahr auf der Top Hair. Sehr schön, es war wirklich so schön und unsere GesprächspartnerInnen auf der Bühne, die haben es uns so angenehm und so leicht gemacht. Jörg Thomas Zeiger war da, er ist bei Wella Dach verantwortlich für das Care & Style Portfolio, die Dachmarke und das New Business Development und er hat mit uns über die aktuelle Wella Kampagne, das ist dieser Moment gesprochen und in diesem Zusammenhang über die Frage diskutiert, wie können wir gemeinsam die FriseurInnenbranche stärken? Das sind die Momente, die wirklich jeder erleben kann und die es im Salon gibt. Wir haben EndkonsumentInnen gefragt, was bedeutet denn der Friseurbesuch und ja, natürlich bekommt man seine Haare schön gemacht, das grau abgedeckte, frischen Schnitt und so weiter, aber es ist oftmals viel mehr. Ja, die Geschichte fängt früher an und hört später auf, also diese Momente, ich habe ein Date. Ich gehe ins Kino. Ich gehe ins Kino, übrigens die beste Reihe ist für mich die mit dem meisten Beinfreiheit. Ich nehme immer den Bein. Auch wichtig, ja, genau. Und das sind genau die Momente und wir haben abgefragt, welches sind das und witzigerweise eine große Sache, die kam nach der Pandemie, war dieser Färbeunfall, nennen wir das. Aber Färbeunfall ist was? Färbeunfall ist, oh je, Lockdown, ich probiere mich mal selbst aus, hänge den Kopf über die Wanne, färbe und bin nicht so zufrieden mit dem. Und das Schöne, was wir dann auch gehört haben, ist dieses, es gibt keine Hemmschwelle, zurück in den Salon zu gehen, weil die Friseure so viel verzeihen auch. Die sagen, ich habe das probiert, das war doof, ich bin jetzt da, bitte hilf mir. Und das dauert dann auch ein bisschen länger, das kannst du wahrscheinlich fachlich besser beurteilen, was ein Färbeunfall versus einer normalen Färbung sozusagen an Arbeit macht. Aber da ist keine Hemmschwelle da und die nehmen das an. Und diese Momente haben wir aufgenommen und entdeckten. Da gab es ganz viele. Da gab es den Mann, der grau wird und sich vielleicht nicht so sexy findet und dann aus dem Friseur kommt und sagt. Warum wirst du mich so an? Und sagt, ja jetzt beginnt die Jean-Connery-Phase, das ist eigentlich ganz cool. Ja. Und diese Momente haben wir aufgenommen, aufgezeichnet und erzählen die den Endkonsumentinnen. Also die Kampagne richtet sich explizit an Endkonsumentinnen. Ah. Wir wollen sie ermutigen, wieder zum Salon zu kommen und die Momente zu erleben. Und eine weitere Gesprächspartnerin hat die Bühne mit uns auf der Top hergeteilt. Christine Berg war bei uns. Ach, die war toll. Sorry, da muss ich jetzt mal reingreifen. Die war Herz allerliebsten. Alle super, Christine, Jörg an euch. Liebe Grüße, wenn ihr das jetzt hier hört. Noch kurz zu Christine und das war wirklich total süß mit ihr. Sie ist die Vorstandsvorsitzende des HDF Kino e.V. Das ist der größte Kinoverband in Deutschland und unsere Aufgabe war es ja erstmal irgendwie die fragenden Blicke im Publikum mit Infos zu versorgen. Wir haben ja mit Jörg Thomas Zeiger über die Herausforderungen gesprochen, die die Friseur-Innenbranche eben erleben musste. In der Pandemie runtergebrochen. Virginia mehr Wertschätzung, aber weniger KundInnen, so haben wir es zumindest genannt. Ja, und die Kinobranche, die hat im Grunde Ähnliches erlebt. Wir hören nochmal rein. Christine Berg zu Gast in unserem Podcast und stellen ziemlich schnell fest, andere Branche, aber gleiche Probleme. Christine, so richtig, wie hat die Kinobranche die Pandemie erlebt? Also für uns war das extrem ein harter Schlag. Also ich vermute ähnlich wie bei den Friseuren. Wir sind eigentlich zwei Jahre lang stillgelegt worden. Wir verkaufen normalerweise im Jahr 120 Millionen Tickets. Wir sind die größte Kultursparte, die es gibt. Das eine ist aber immer das Geld. Was bei uns war, und ich weiß nicht, wie das bei den Friseuren war, bei uns war das Emotionale das Schlimme. Man muss sich vorstellen, Kinos gibt es jetzt seit über 125 Jahren. Und gerade wenn es den Menschen schlecht ging, war Kino immer für alle da. Und ich weiß noch ganz genau, das war gleich im ersten Monat, als der erste Lockdown kam, hat mich ein Kinobetreiber angerufen, ein älterer, und hat gesagt, das Schlimmste für ihn ist, dass er, wo es den Leuten schlecht geht, nicht aufmachen da. Nicht da sein kann. Also im Zweiten Weltkrieg kamen seine Eltern, hat er mir erzählt, die Türen aufgemacht und die Leute reingebeten, damit sie in eine andere Welt gehen können. Und das durfte er nicht. Und er hat gesagt, er ist jeden Nachmittag runtergegangen, hat sich ins Foyer gesetzt, hat einen Kaffee getrunken, hat zu mir gesagt, ich kann nichts anderes. Ich muss doch in meinem Kino sein. Also Kinobetreiber sind natürlich auch, genauso wie Friseure, auf der einen Seite wahnsinnig emotional, aber sie sind auch Unternehmer. Und sie sind es gewohnt, etwas zu unternehmen. Und die lassen sich auch nicht unterkriegen. Und das ist auch nicht wie, als wenn man so ein Café aufgemacht hat vor drei Jahren, sondern wie gesagt, fünfte Generation. Wir fühlen uns als Ort, als besonderen Ort, wo man ein besonderes Erlebnis haben kann, ganz anders als zu Hause. Bei uns haben auch ganz viele tatsächlich sich gerüstet für die Zukunft, soweit sie es konnten. Muss man auch sagen. Und jetzt ist halt die Herausforderung, die Kunden wieder zu gewinnen. Leute, geht ins Kino. Geht in die Friseurinnen-Salons. Und alles ist gut. Das war echt so schön auf der Top her, oder? Total. Ich würde nächstes Jahr wiederkommen. Das machen wir. Gehen wir nochmal hin? Natürlich. Da kenne ich dann ja auch schon ein paar Leute. Also, sieben Folgen schon. Wahnsinn. Hammer. Echt heftig. Sehr gut. Und dann sind wir auch schon fast am Ende und am Anfang. Also, am Ende dieser Folge nämlich und am Anfang unserer kleinen Sommerpause. Vorher müssen wir aber nochmal kurz mit Clarissa reden. Die winkt schon wieder. Guck mal. Clarissa, ist das jetzt Tschüss oder ist das, ich habe noch ein paar Community-Fragen? Nee, Tschüss ist das noch nicht. Gut. Ich würde noch eine Frage aus der Community anschließen wollen, die an euch beide geht. Und zwar, was ist euer Lieblingsfrisurentrend? Oh, Flo, da gebe ich dir erstmal den Anfang. Da bin ich mal gespannt. Also, ich habe ja vorhin schon über den Mullet gesprochen. Ich finde, der Mullet ist für mich immer so eine Trendfrisur. Kommt und geht ja auch. Kommt, glaube ich, auch aus den USA. Finde ich total cool. Und manchmal wünschte ich, ich hätte auch so eine Frisur. Ich finde, das würde dir gut stehen. Aber dann muss ich nur ein Schnäppis mir wachsen lassen auch. Ja, also, ein schöner Mann kann nichts entstellen, würde ich doch mal sagen. So wie es bei dir? Du, bei mir, würde ich sagen, dass der Bob in allen möglichen Varianten, ob als kurze oder als Long-Bob-Version, finde ich immer wieder gut, weil es trendet, ist aber auch gut im Salon umsetzbar. Und wir Friseure können unser Können wirklich komplett ausleben in Haarschnitt und vor allen Dingen auch in einer Haarfarbe richtig zu platzieren. Wir loggen ein. Bob in allen Variationen und Mullet bei Herrn Ambrosius. Vielen Dank. Clarissa, hast du noch einen? Ich habe noch einen. Und zwar eine schöne Frage zum Abschluss. Auf eure Antworten bin ich mal gespannt. Oh, jetzt kommt's. Welche Podcasts hört ihr denn selber in eurer Freizeit? Ich höre ein paar Podcasts tatsächlich. Also, ich glaube, der bekannteste Podcast, den ihr wahrscheinlich auch oder viele von euch hören, ist Sanft und Sorgfältig mit den Kollegen Jan Böhmermann und Olli Schulz. Höre ich total gerne, bleib da auch dran, bin manchmal gelangweilt, aber irgendwie immer unterhalten und amüsiert und bleib da so am Ball. Und dann gibt's noch so ein paar links und rechts. Ich bin ja auch Angler. Das ist mein großes Hobby. Da höre ich ein paar Sachen mir an. Ich bin Sportfan, Football im Speziellen, also American Football. Höre mir da so ein paar Sachen an. Das gibt schon ein paar richtig coole Podcasts. Aber so wirklich regelmäßig und andauernd, sanft und sorgfältig feiere ich, finde ich gut. Oh Flo, ich bleibe der Friseurbranche tatsächlich treu. Wenn ich Podcasts höre, muss ich tatsächlich gestehen, weil es gibt nämlich zwei erfolgreiche von meinen zwei Lieblingskollegen, nämlich einmal Erfolgsgeschichten, Kamm und Schere. Den höre ich mir sehr gerne an, weil er einfach, ja, so, ich habe ihn auf der Topherr übrigens persönlich kennenlernen dürfen. Genau. Und das war auch eins meiner Highlights auf der Topherr. Und natürlich nun mal deutlich der Podcast von dem Lars Nikolaisen. Und die beiden höre ich mir sehr, sehr gerne an. Dann jetzt aber. Vielen, vielen Dank für eure Fragen. Das ist echt super lieb und zeigt uns ja auch, dass ihr unseren Podcast hört und euch interessiert. Danke dafür. Da gehen wir doch mit einem richtig guten Gefühl in unsere kleine Sommerpause, die ihr übrigens gerne dazu nutzen könnt, Themenvorschläge für die nächsten Podcastfolgen zu machen. Ihr seid ganz nah dran am Tagesgeschäft und habt bestimmt ein paar Ideen und Wünsche, die wir dann auch gerne hören und mit denen wir uns dann in einer der nächsten Episoden gerne beschäftigen. Dann natürlich auch wieder mit spannenden Gästen. Schickt uns gerne eure Themenvorschläge auf Social Media. Am besten über at wellaprof.de. Freuen wir uns drauf. Einen kleinen Teaser. Virginia, auf die nächste Folge können wir schon geben. Passt nämlich ganz gut. Nach der Sommerpause verraten wir euch nämlich alles zum Thema Social Media für FriseurInnen und sind dazu mit einem Social Media Profi aus der Branche verabredet. Das wird richtig gut. Das wird super werden. Da freue ich mich drauf. So, und wenn ihr mit unserer heutigen Folge neugierig geworden seid auf unseren Podcast und die Episoden, die wir schon produziert haben, ein bisschen was durftet ihr hören. Alle acht Folgen von Auf einer Wellenlänge gibt es überall da zu hören, wo es Podcasts gibt. Clarissa, vielen Dank. Ah, sie winkt. Guck mal. Und zeigt ein Herz. Ach, wie schön. Herz zurück. Clarissa, hast du toll gemacht. So, wir schmieren uns jetzt nochmal mit LSR50 ein und verabschieden uns in eine kleine Sommerpause. Danke, dass ihr zugehört habt. Und Virginia. Ja, Flo? Was ist denn ein richtig gutes Haarprodukt für diesen Sommer? Ach Gott, Flo. Sag's doch jetzt. Dieser Podcast, richtig. Dieser Podcast, natürlich. Bis bald bei Auf einer Wellenlänge. Macht's gut. Tschüss zusammen. Tschüss. 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 Tschüss.